Ho, 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 Kommandanten! Nehmen Sie am Neujahrs-Event teil. Sammeln Sie Weihnachtsbäume, schließen Sie Sonderverträge ab und erhalten Sie wertvolle Belohnungen, Token, Heldenbaupläne und Fähigkeitskarten. Wie bekomme ich diese kleinen Weihnachtsbäume, Opa? Ganz einfach. Weihnachtsbäume erscheinen bei Wettkämpfen direkt auf dem Schlachtfeld bei Turnieren, Blitzturnieren und Scharmützen. Fordere außerdem deine Weihnachtsbäume aus der Prämienlinie an. Kostenlos und auch VIP. PwP? Sicher. Hole dir Weihnachtsbäume für den Sieg in 1x1, 2x2 und 3x3. Wenn du dieses Jahr dein Bestes gegeben hast, besuche jetzt den In-Game-Shop. Für jeden Einkauf bekommst du Weihnachtsbäume als Bonus. Opa, auf welche Wettbewerbe sollen wir warten? Zunächst einmal ist es das bekannte Neujahrs-Alarm-Turnier. Wir haben es leicht geändert, sodass die Karte jetzt anders ist und du mehr Weihnachtsbäume erhalten kannst. Tippe auf die Schaltfläche oben und sieh dir ein entsprechendes Video an. Blitzturniere? Ich hab zwei für dich. Der Schwächste fliegt und Duell. Das Der Schwächste fliegt Blitzturnier wird folgende besondere Merkmale aufweisen. Der Jeder-für-sich-Modus. Fünf Spieler. Sammle Kontrollpunkte und fülle den Fortschrittsbalken, um zu gewinnen. Durch das Erobern und Halten von Flaggen erhältst du Kontrollpunkte. Es gibt immer einen Spieler mehr als Flaggen auf der Karte, sodass ein Spieler keine Flaggen erobern kann und sein Fortschrittsbalken leer bleibt. Folglich wird der Spieler verlieren. Danach werden alle Flaggen entfernt. An anderen Stellen tauchen neue Flaggen auf. Aber jetzt ist es eine Flagge weniger und der Kampf darum geht weiter. Neben den Fahnen erscheinen übrigens auch Weihnachtsbäume. Nun, was ist mit dem Duell Blitzturnier? Wir haben ein unterhaltsames neues Video. Folge also dem obigen Hinweis, um es anzusehen. Jetzt hat der Blitz eine andere Karte und Weihnachtsbäume, die auf dem Schlachtfeld erscheinen. Wenn du ein Liebhaber von Bootkämpfen bist, mache dich bereit. Das Gefecht. Kampf um die Weihnachtsbäume ist wieder da. Du weißt genau, worum es geht. Zwei Spieler kämpfen gegen eine KI. Erobere Weihnachtsbäume, um zu gewinnen. Du findest die Bäume im zentralen Teil der Karte und in der Nähe der Außenposten. Aber so einfach ist es nicht. Niemand wird dir Bäume schenken, ohne dafür zu kämpfen. Kommandanten, macht eure Schlitten bereit für die Jagd nach den Weihnachtsbäumen. Hohohohoho. Hohohoho. Untertitelung des ZDF, 2020